Ja, Momo Leute, euer Zero Year und herzlich willkommen zur Stream-Ankündigung. Ja, ich wollte euch nur mal kurz Bescheid sagen, der Stream geht los, aber das soll heute noch nicht alles gewesen sein, denn ich möchte euch heute nochmal über eine andere Sache informieren, denn die Kanaländerung für 2016 habe ich jetzt in Planung. Ich hatte auf Twitter schon drüber gesprochen und gestern kam tatsächlich die erste Änderung, und zwar, wenn wir jetzt jeden Sonntag so ein kleines, ich würde nicht sagen Best-of, sondern eher so Random Zero Moments, wie ich es genannt habe, halt so zufällige Momente aus irgendwelchen Spielen, die ich gespielt habe, aus irgendwelchen Folgen, werde ich jetzt jeden Sonntag mal zusammenschneiden, so bis zu maximal fünf Minuten, sage ich mal, denn sonst würde das zu lange dauern. Da wurde ich sehr oft gefragt, ob ich mal wieder so ein Spezialmacher mit verschiedenen Best-ofs und dann dachte ich, ist das doch die beste Lösung, dass ich euch jede Woche so einen kleinen Happen gebe, und das ist besser, als wenn ich jetzt einen Tag mal 45 Minuten Best-of rausschneide. Da dachte ich mir, jede Woche einmal Best-of, das ist doch gar nicht mal so schlecht, beziehungsweise Random Zero Moments. Dann wollte ich noch andere Sachen ansprechen, ich werde mein Design auf diesem Channel verändern, ich werde Twitter und Facebook verändern, ich werde die Zeiten der Videos ändern, das heißt, ich möchte auf jeden Fall ein bisschen umstellen und dann noch zu Twitch. Bei Twitch wird es auch einige Änderungen geben, das habe ich schon am Samstag ein bisschen mit den Zuschauern geklärt, was wir spielen, wann wir spielen und wie lange wir spielen. Bisher ist die Planung, dass wir Samstags um 14 Uhr anfangen bis Open End, mindestens 23 Uhr würde ich sagen und ja, das dazu. Ich hatte noch was anderes in Planung, aber das habe ich jetzt momentan verworfen, ich weiß nicht, ob das so gut ist, ich hatte so gedacht, man könnte so einen Tag einführen, wo ihr bestimmen könnt, welche Folge doppelt kommen soll, nicht welche Folge, das wäre jetzt doof, zwei gleichzeitig gleiche Folgen rausschauen, nein, ich hatte so eine Idee, dass man quasi auf Twitter oder so so eine Abstimmung machen kann, und dann könnt ihr wählen zum Beispiel, dass ihr zwei Folgen Fallout 4 sehen wollt oder so ein Kram, einmal an einem Tag in der Woche. Da hatte ich mal so eine Überlegung, wer weiß, könnt ihr mal was dazu sagen, ob ich euch das gefallen würde, ob ich das umsetzen sollte, dass wir irgendwie, weiß ich, vielleicht dann das Random Zero Moments auf Samstag legen und dafür sonntags irgendwie von irgendeinem eine Doppelfolge raushauen mit Entscheidungen, die ihr gefällt habt. Äh, das waren so meine Grundgedanken, ich werde noch ein paar andere Sachen verändern, aber dazu später mehr. Ähm, ich versuche das jetzt so wöchentlich hinzukriegen, dass ich mal, in der ersten Woche habe ich jetzt das mit diesen Random Zero Moments gemacht, nächste Woche kommt was anderes dazu, vielleicht das Design, vielleicht die Umstellung von Twitter, ich weiß noch nicht, je nachdem, wofür ich mich gerade interessiere, wofür ich mir Zeit nehmen möchte, und ja, das war's eigentlich schon, ich wollte euch nicht so vollquatschen, ich hab jetzt mal ganz schnell durchgequatscht, was ich so ändern möchte, und, äh, wenn mir noch irgendwas einfällt, ich bin ja gleich im Stream, äh, da werde ich's nochmal erwähnen. Vielleicht können wir da ein bisschen diskutieren darüber. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.